Tag schön! Ich werde heute mal ein kleines Praktikum hier absolvieren und mal schauen, ob ich mich als Pizzabäcker eigne oder ob es dann doch nur für die Geschäftsstelle reicht. Schönen guten Tag! Hallo! Ich grüße Sie! Florian Engelmann von der Firma Stückwerk. Hi! Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind. Ich wollte vorbeikommen zum Praktikum, bitte. Das ist möglich, das kriegen wir heute auch hin. Ich nehme Sie heute ein bisschen mit an die Hand und dann werden wir heute ein bisschen Spaß haben. Bisschen Pizzabacken. Für heute habe ich auch ein bestimmtes T-Shirt für Sie am Start, gerade jetzt mit Corona. Das würde ich Ihnen gerne einmal in die Hand geben. Das dürfen Sie auch gerne behalten als kleines Geschenk. Dann haben Sie auch ein Anlenken an diesen wunderschönen Tag heute. Alles klar. Wir müssen das gleich noch überziehen und dann? Genau, dann dürfen wir. Dann geht es schon los. Dann können wir starten. So, ich bin am Start. Ja, Herr Lüdemann, das sieht doch hervorragend aus. Dann fangen wir, glaube ich, an mit einem wunderschönen Praktikumstab. Da bin ich ja mal gespannt. Dann möchten Sie mir einmal kurz folgen? Ich folge. Klasse, danke schön. Jetzt klingelt ja gerade das Telefon. Gehen wir einmal schnell zügig hin. Dann dürfen Sie gerne Ihre erste Bestellung einmal aufnehmen. Dann mache ich das mal. Wunderbar, dann freuen Sie mich noch. Stückwerk Köln-Süd, Praktika in Lüdemann. Was kann ich für Sie tun? Pizza Salami, 26 Zentimeter. Alles klar, Adresse habe ich. Gut, bekommen Sie in 20 bis 30 Minuten. Ich danke Ihnen. Tschüss. Das hat doch hervorragend geklappt. Auf geht's. Freue ich mich. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eben noch mal eine Pizza Salami zusammen. Und dann fangen wir zusammen mal die Pizza aus. Alles klar. Super. Noch einmal. Noch einmal? Ja. Ja, super. Jetzt schmeißen Sie den Weg hier hoch. Ja, noch schmeißen. Guck. 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 Passt, ja? Aber gut. Das geht doch. Läuft doch. Guck. 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 Dann machen wir Salami. Einmal am Auslug auf dem Gast. Genau. Guck. Also, dann fahren wir das auf. Dann fahren wir das auf. Dann fahren wir das auf. So. Ja. Sehr sehr. Sehr genau. Erste Pizza. So, Herr Lüdemann. Das ist doch die Pizza. wie Pizzalüde, würde ich jetzt sagen, wie Salamilüde, nach voraus. Einmal rausholen, genau, super, super leid, genau. Machen Sie hier ruhig auch noch ein Papier. Super. Hat doch ganz gut geklappt das erste Mal. Genau, wir haben hier ganz schöne, spezielle Kölnereieraufgabe, ganz genau, den Ofen drauf. Einmal bitte hier in die Tasche rein und dann geht's los. Einmal die Tasche rein und wir düsen los. Vorrat, einfach, auf geht's. So, da waren wir jetzt wie die Raketen. Schneller als die 30 Minuten auf jeden Fall. Da freut sich doch die Kunde. Aufwachen, gehen wir. Bitte mal, Stückwerk, Ihre Pizzabestellung. Hier, Herr Schock. Danke. So, wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, die Firma Stückwerk. Ihre Pizza. Wunderbar. Warm. Was haben wir da verloren? Einmal. Dankeschön. Wir haben zu danken. Wir haben zu danken für die Bestellung, guten Appetit. Bleiben Sie gesund. Ja, ebenso. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, es hat Ihnen heute Spaß gemacht, hier in der Probe zu arbeiten. Ich wollte mich noch mal recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ich freue mich, dass Sie da waren. Kein Problem. Und wenn mal Not am Mann ist, wenn einer fehlt, dann rufe ich Sie an. Vielleicht haben Sie ja Lust, schon morgen vorbeizukommen. Ja, klar. Immer wenn die Zeit drückt. Vielen lieben Dank. Wenn der Schuh drückt, dann bin wir da. Vielen Dank für alles. Das nehme ich Ihnen einmal ab. Den Autoschlüssel bräuchte ich noch. Und dann einen angenehmen Tag. Bitte bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, bis bald. Auf alle Fälle. Toi, toi, toi. Dankeschön. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Anstrengender Tag heute. Aber wir haben uns wieder durchgebissen. Bis zum nächsten Mal. Feierabend.